Ich trinke unten SOS. Moin Leute! Willkommen zur Arena-Folge. Es backt, das Spiel backt! Die müssen zu Worten haben, sie pflegen. Das Spiel backt wieder hart, Mann! Weil man hier unten keinen Pfann hat! Die wollen unbedingt hier in der Arena ein. Ja! Leute, jetzt gehe ich wieder aus dem Spiel hinaus. Ah! Das nervt, Mann! Ich könnte ausrasten, ey! Mal ein Scherz! Aber es backt, Mann! Es backt so hart! Aber zum Glück gehen die Aufnahmen jetzt wenigstens ordentlich. Also, ist ein gutes Aufnahmeprogramm. Das einzige Problem ist, man kann keine Pause machen. Also, finde ich schade. Aber sonst finde ich es richtig gutes Aufnahmeprogramm. Was sagst du dazu? Ja! Wäre halt cooler, wenn man Pause machen könnte. Da könnte man jetzt meinetwegen mal kurz rausgehen. Oder halt schnell wohin fahren und dann wieder anmachen. Zum Beispiel bei der Straße, wo ihr uns vielleicht nicht versteht. Genau! Deswegen war es halt schon besser. Konnte unseres Altes schon, aber es hat richtig scheiße gepackt. Aber egal! Kannst du noch mal probieren. Kein Wunder, dass es erschriert diesen zwölf Tonnen. Das ist so freudig, Mann! Aber egal! Es steht! Es steht! Es steht! Leute, 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 Leute! So, wir sind... Können wir drehen? Wir können nicht drehen. Warte mal kurz hier. Wir drehen noch mal, bevor wir in die Arena gehen. Bevor wir in die Arena gehen. Da drehe ich noch mal. Was kriegen wir? Okay, ein Beleber, einen Hypertrank und einen Superball. Super! Wie viel hoch wäre es eigentlich? Nicht viele. Die Arena ist zu weit entfernt, Leute. Sieht man. Ich bin ganz knapp dran, also. Wir sind eigentlich genau vor der Kirche. Ja, vor dem Tor. Also das ist eine Kirche, das ist bei uns. Die Arena. Halt. Und Meding ist halt sehr klein. Hat auch nur eine kleine Kirche. Also Wasser ist kleine. So klein ist sie gar nicht. Ja. Soll ich die Pokémon einsetzen? Ne, ich setz noch mal ein Aquana dazu. Brauch ich eigentlich gar nicht. Aber egal! Ist auch okay. Oder wir geben meinen neuen Funky sein Debüt als Kämpfer. Wollen wir das machen? Ja, ganz schön. Aber Winknow ist halt Funky. Funky macht 100 Schaden. Bei guter Attack macht er 100 Schaden. Okay. So Leute, die Arena wird gleich uns gehauen. Hoffentlich. Bitte sag das jetzt nicht. Theoretisch dürfte es gehen vor uns, als ich in der Arena war, hat es gar nicht... Ach ne, stimmt. Vor uns kam ich ja gar nicht in die Arena rein. Weil genau das wie jetzt gerade passiert. Instagram angehalten. Das hat nichts zu sagen. Es tut uns leid, aber irgendwas stimmt. Wieder einmal nicht. Nein, es dauert auch manchmal sehr lange, aber... Da liegt ne Schaufel. Ja, ne Handschaufel. Ja, mach's mal lieber da dran. Die sind grad nett und tun... Einfach mal in der Hand. Gut.